Musik 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 So, ich fang schon mal an. 6, 6, 6, 6, 6 Gell Was ist? Ich bin in den Felsen drin Also so wie So wie wenn ich Ghost on hätte Also gut, dass ich Sex spammed hätte Ich werde tot gewesen Man hört Spam hat Spam Sex, sonst bist du tot Nein Ich war in der Struktur drin, ich flieg gerade aus der Struktur raus WTF WTF Also ich seh schon, die ersten werden gleich sterben Wenn sie auf dem Server kommen wieder Ok, ich spam Sex aber es passiert nichts Ich steh in der Base Ja, aber ich hab Glück gehabt Ich wär tot gewesen, hätte ich nicht Sex gespammed Moment, ich öffne mal die Tür Ok, ich bin nicht verpackt, alles gut, ich lebe Ok Gut, ich lebe Aber ich wär tot gewesen Ja Ok, ne meh meh Also ja stimmt, der hat voriges Mal vergessen was Ich bin heil am Boden angekommen Nice, ich auch Muss ich nur noch unsere Base finden Nö Ah, sag ich ja Naja, ok lol Spectator Ja, sein König Ich werde was, dass manche sterben werden Alter, was haben die mit den Dinos gemacht? Warum sind da so viele Dinos auf einmal? Das sind ja Ui, der F Oh, das ist ein Alpha Kano Direkt bei uns Und ein Alpha Raptor, oder? Rennen Nicht sterben, Chris Ah shit, ihr habt meine Maus nicht programmiert Ich muss gleich meine Maus umprogrammieren Eieieiei, ihr mit eurem Mäus da Wart mal, wo bin ich denn? Ich bin ja komplett falsch, merk ich gerade Leute, hä was? Ich hab dir da hingelegt Der Marsch der Welt irgendwo Wieso? Keine Ahnung Der Marsch der Welt Da habe ich ja auch voll der OP-Sport, oder? Man könnte sich ja auch nicht hoch, geh? Mit dem Rex wahrscheinlich nicht, ne Da ist schon wieder große Flamme, alter Klar, halt roll Insta gegen einen Schössbaum Ach, lol Prozent und er wird als ein Felsen und kommt auch Prozent ich komme nicht hoch Krippling-Hoppen-Dipo und er Lea unter uns er hat uns noch nicht sehen da rechts in der base was in zeit oder eine er hat er platziert das war so schnell alter das richtig stecker wird sie sein der zweck oder was sie wollen ist im fernglas mit kobra ach du scheiße wir haben das sei was und alles sonst darf noch die haben lauter trap also so alarm dinge halt die base hätte ich nie gefunden weil ich da nicht zufällig hoch gekommen überreue alarm dinge wenn ich auf die wenn du auf die schießt gehen die dann an das wäre eigentlich witzig so könnte man sie noch hause locken hast du einen silencer dabei na ja ja doch sieben oder ist dreimal gestorben mtf war gezeigt ich habe gewusst warte warte das hat er nicht gehört er hat gerade ein bär sattel ist jetzt ein bär ich habe keine ahnung von wo ich habe keine ahnung von wo ich habe keine ahnung von wo fack das war bloß die hose bei mir oh shit ich bin hinten runter nein ja jetzt hat er uns gesehen jetzt hat er uns gesehen jetzt hat er uns gesehen er kommt hoch ich leute gerade nach ich bin über dir lass dich nicht bohlen ja ne mit shotgun hinterher hau ab okay lass auf den pillar hoch und dann noch rüber äh die haben zufrieden die verfolgen mich ja gerade ja ich geh auf den pillar mal kurz hoch wo bist du jetzt circa ich renne grad von ihm weg er ist mir immer hinterher nimm die chili wo bin ich denn jetzt was alter ernst was ist denn das für eine base was zwei frau armee ne richtig fette base wer ist das zwei frau armee das könnte obergrund so sein er wollte mir rollen ne richtige bve base alter mit bmf gates und äußeren müll alter sind die pustet was bauen die alles klar ist halt es war stay fuelers und tritzi weil so viel movement es gibt deswegen der vp und tablet ist mir immer noch hinten an die Ferne gewesen unfassbar haben wir ihn gebullert wie viel leben hat denn der typ ja die only leben immer halt neun ich hab ihn simone nice ok die bub he das fris he die 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 ich weiß nicht wenn es ist zwei frau armee simon und shanty verbessert es doch ein alter wie auch immer das war die achte es ist halt dieser will das ist das sind die das nicht oder gerade anarkiert ach die acht die haben kann okay dann ist ja das freigelassen ist ja da ist alles irgendwie auf neutral und jetzt wieder passiv gepfiffen und das ist aufgesprengt wurden da drüben die zwei die sind gerade früher gestorben ist alles aufgejagt da waren wir hier trabjagd da steht ein boot jetzt auf einmal von den vorn trabjagd das ghostlike das boot das sind die da drüben ja wieder rüber hast du noch eingesteckt ja habe ich noch ja dann lasst du direkt wieder rüber ja konsumierter dann lande ich gleich hier da oben wenn wir gegen die feiten auf distanz gehen also nicht auf pola distanz ja ja auch mit chile und wenn die nicht in unserer nähe kommen mit pola ist dann haben die keine chancen sind die da irgendwo weiß ich nicht aber da steht das boot das war früher nicht da ne das war vorher noch nicht da ne das hätte ich schon ziemlich gesehen das heißt ghostlike hatte gerade eben vor kurzem ausgesprengt das brennt doch einer am kanu ja die schießen mit pistol oben auf dem kanu er kommt anscheinlich hin oder doch jetzt ja lasst gleich chili nehmen ja die feiten auf jeden fall keine ahnung jetzt von denen flatt mit schotka wenn die uns nicht sehen die sehen uns ok die schießen den kanu war tot das ist ghostlike bei mir ich habe keinen sechsmal getroffen hat nen hit double polan ich renne bis hier weg das wärs wieso ihr slidert bei mir voll was ist denn jetzt da oben ist eine kante drin das sind zwei stück wir snipen geil der hat mich getroffen der hat nen headshot der hat kein brust mehr oder eine der hat keine beim rex ok ich hab den mit als ob der es kein headshot war wo ist der andere von denen ne jetzt komm lass ran der andere ist wegrand ok ich bin mit chili eh sowieso schneller die hocken wieder auf dem kanu die einen ja der rennt wieder weg hab ihn gepullert nice er grabelt sich weg hit mit long neck aufs shield nice headshot er hat keine rüstung mehr er lässt sich fallen hit double hit nice fix ist tot die loot ja jung 60 medical boost lol was zum teufel wieso verbesserte bike pistol looting mal für rüstungssets alter verbesserte crossbow hab alles was der ist gerade von ghostlake anscheinend getötet worden der andere lass mal kurz auf die dinger da hoch ich muss dir bisschen was droppen alter er hat viel zu viel stuff ja verflöse medical boost medical boost was ja tryhards dann rennen sie amel gegen uns über dem weg sonst sind rip da wasserglas droppi dir olas zweimal habe ich ja ich genug aber egal keine ahnung das ist das die spornen die brauchte nicht die spornen lassen weg damit weg damit von der pistol reserve wie noch das brauchst du irgendwelche money ist ein bisschen was die floster 41 ist noch mal 22 sind wir gleich für gut jetzt schauen wo goes like noch ist der ist doch vorne irgendwo medical bruce wie flasste hier die flasste für zu fülle bitte so weiter so mit 32 mädchen doch er steht vor uns es ist schneller als er er wird es auch zu bauern ein links haben er hat auch die posse das brot der ist doch mitten im wasser stimmt er ist mitten im wasser fahr 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 oh mein gawd ich hab's runter oder muss kurz stehen bleiben oder warte ich grebe mich ran fast bin dran voller weiter es geht nicht wenn ein wasser ist ich glaube ein bär schneller mit schwimmen siehst du ihn da unten ja oder ne warte mal muss schon ein land sein nicht ein land ne das ja 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 Bis zum nächsten Mal.